Es ist soweit. Ich habe meine finale Entscheidung getroffen. Es ist mir nur jetzt schon sehr unangenehm, das auszusprechen. Ich muss mich heute einfach zwischen Lucy und Teresa entscheiden. Und eine der beiden wird gar nicht erfreut sein. Ich bin dann kurz zu meinem Bro Alex und wollte ihm erzählen, für wen ich mich entschieden habe. Doch der meinte nur, wenn es Lucy ist, dann bringt er mich um. Am Ende wird mich die komplette WG haben. Für wen ich mich entschieden habe, seht ihr jetzt schon im ersten Kommentar.